Da würde ich ja eben genau die Führungskraft so ein bisschen in der Aufgabe sehen, weil idealerweise hat ja die Führungskraft so ein bisschen einen besseren Überblick über die individuellen Arbeitsprozesse der einzelnen Teams und einzelnen Mitarbeitenden. Das heißt, da ist das, was ich gemeint habe mit diesem Verantwortungsblick, weil den hat einfach die Führungskraft. Die Führungskraft muss sagen, da geht es jetzt nicht um beleidigt sein oder nicht beleidigt sein, aber wenn ich mir Team A anschaue und Team B, dann kann ich euch nämlich den jeweils den Teams genau erklären, an welchen Prozessen sich dann vielleicht die Ergebnisse unterscheiden. Oder wieso Team A eben sechs Stunden braucht und Team B neun oder zehn Stunden. Dann wäre das für mich in der Verantwortung der Führungskraft zu sagen, ich habe den Blick, wie wir es immer sagen, der Blick nach außen und nach oben, den hat dann nur die Führungskraft, den muss sie auch nehmen oder muss sie haben. Und dann kann man das sehr schön präsentieren, wenn man das runter analysiert hat und reflektiert hat, woran liegt das. Noch dazu, wenn man dann am Ende auch sagen kann, ja, aber das Produkt ist nicht besser, nur weil ihr zehn Stunden dran seid, als die anderen, die nur sechs Stunden dran sind. Und wenn man sich da dann als Mitarbeiter in der Individuellen nicht überzeugen lässt, dann wird es eher schwierig, weil dann gibt es natürlich andere Probleme, ja, dann ist man halt so festgefahren in seiner, in seinen, was auch immer das dann ist, ja, dass man sich nicht verbessern möchte oder dass man sich nicht helfen lassen möchte. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber da ist für mich erst die Grenze der Führungskraft erreicht, dass wenn die Person nach dem Präsentieren von den ganzen Analysen, von der Evidenz, wie man so schön sagt, dass Dinge nicht so gut laufen, wenn dann die Mitarbeiter noch immer sagen, nein, aber ich möchte zehn Stunden arbeiten, okay, dann ist die Frage, wie gut die Beziehung ist, weil dann wäre nämlich die nächste Frage, okay, möchtest du nicht nach Hause gehen? Gibt es Probleme zu Hause oder hast du keine Hobbys oder sonstiges? Und dann wird es halt schwieriger, also dann hat das natürlich so ein bisschen eine, eine mehr therapeutische Richtung, würde ich sagen, aber bis zu dem Augenblick ist zu 100 Prozent die Führungskraft dafür verantwortlich, dass die Prozesse besser laufen. Weil, wie gesagt, und das ist ja quasi so dieser Punkt, der drüber hängt, nämlich, wenn die Menschen mit zehn Stunden nicht bessere Ergebnisse liefern als die Menschen mit sechs Stunden, ja, dann ist für dich als Führungskraft das sowieso fertig. Also dann gibt es nicht einmal super viele Analysen zu machen, weil dann kannst du sagen, hier, Produkt hier, Produkt hier, sorry, das Produkt ist trotzdem besser. Also dann passt, da kannst du ja den Disconnect super aufzeigen und sagen, ja, aber das hat dir jetzt auch nicht viel im Endprodukt weitergebracht, ja, und das ist dann, sollte ja dann schon mal reichen, um das Ganze loszutreten.